Was ist eine isotonische Schaumstoffmatratze? Eine isotonische Schaumstoffmatratze besteht aus einem speziellen Material, das sich sanft an die Körperkonturen anpasst, um ein bequemeres Schlafen zu ermöglichen. Isotonischer Schaum kann als Teil einer kompletten Matratzeneinheit oder eines separaten Polsters für reguläre Matratzen verwendet werden. Dieses spezielle Material enthält Polyurethan-Schaum in Kombination mit anderen Chemikalien, um seine Dichte und Viskosität zu erhöhen. Eine isotonische Schaumstoffmatratze ist druckempfindlich und nimmt bei Nichtgebrauch langsam ihre ursprüngliche Form an. Diese Matratze wurde ursprünglich verwendet, um Schmerzen zu lindern und Druckgeschwüre bei Krankenhauspatienten zu verhindern. Eine isotonische Schaumstoffmatratze wird im Allgemeinen als Memory-Schaumstoffmatratze bezeichnet. Diese Matratze ist so gestaltet, dass sie sich den individuellen Körperkonturen anpasst, indem sie einen geringeren Druckwiderstand bietet. Isotonischer Schaumstoff wird nicht nur für komplette Matratzen verwendet, sondern kann auch als separate Polsterung für eine herkömmliche Federkernmatratze erworben werden. Die Dichte des Materials kann dazu beitragen, Schmerzen in Druckpunkten, die durch gewöhnliche Bettung verursacht werden, wiederzuerleben. Isotonischer Schaum ist normalerweise viel schwerer und teurer als herkömmlicher Polyurethanschaum. Diese Spezialmatratze besteht aus Polyurethanschaum in Kombination mit bestimmten anderen Chemikalien, die die Gesamtdichte und Viskosität erhöhen. Isotonischer Schaum fühlt sich oft leicht klebrig an, wenn er ohne Stoffbespannung verwendet wird. Die Dicke dieses Materials kann sich erheblich auf den Komfort eines Benutzers auswirken. Sehr dünne Schichten aus isotonischem Schaumstoff werden zu leicht komprimiert und wirken wenig oder gar nicht dämpfend. Extrem dicke Schichten sind normalerweise zu weich für ein bequemes Schlafen. Eine isotonische Schaumstoffmatratze ist in Versionen mit hoher und niedriger Dichte erhältlich, die unterschiedlich auf Gewicht und Wärme reagieren. Die isotonische Schaumdichte kann normalerweise dadurch bestimmt werden, wie schnell sich das Material nach Druckbuffschlagung und Druckentlastung wieder in seine normale Form zurückbewegt. Schaumstoff mit hoher Dichte reagiert hauptsächlich auf Wärme und formt sich langsam an die Körperkonturen. Eine isotonische Schaumstoffmatratze mit niedriger Dichte ist empfindlicher für das Gewicht und passt sich den Körperkonturen schnell an. Schaumstoff mit niedriger Dichte neigt dazu, eine etwas kürzere Lebensdauer als Material mit hoher Dichte zu haben, ist aber oft angenehmer zum Schlafen. Dieses Material wurde ursprünglich für das US-amerikanische Raumfahrtprogramm in den 1960er Jahren entwickelt. In den 80er Jahren wurde es für bestimmte Krankenhausanwendungen kommerziell eingesetzt. Patienten, die für längere Zeit an ein Krankenhausbett gebunden waren, erlitten weniger Schmerzen und Wundliegen, wenn sie beispielsweise auf einer isotonischen Schaummatratze liegen. In den frühen 1990er Jahren wurden diese Matratzen als Alternative zu herkömmlichen Schraubenfederbetten an die breite Öffentlichkeit verkauft. Ihre Verwendung hat sich in den letzten Jahren sehr verbreitet, da die Herstellungskosten gesunken sind.